So Leute, da sind wir wieder bei Resident Evil Revelations 2, mit mir Sifi und Yutis! Nee, ich trau dem nicht! Ja, ich trau's dir überhaupt jemanden außer mir. Ja. Mir! Liegt da was? Oh ja, es liegt ja wirklich was. Oh ja, es liegt ja wirklich was! Uns geht's gut, möchte man meinen! Das so gut ist, dass es uns gut geht. Ja, wo war ich? Was ist hier? Ist hier noch was? Nö, ich glaub das ist nur eine Sackkasse. So, mal gucken wo ich jetzt hier lang muss. Was? Hab ich irgendwas gehört? Also ich kann hier was runterschubsen. Ah! Hinter mir! Hinter mir! Hi! Da! Danke! Bitte! Dafür bin ich da! Ich muss sie doch beschützen! Was ist hier immer was? Ist hier noch einer? Oder ist er bei dir, ich irgendwo stillen werde? Bei mir ist keiner! Oh doch, bei mir ist einer! Aus irgendeiner mir unerfindlichen Gründen, eben war da noch keiner, ich schwör's! Müssen aber noch mehr sein! Ja, hier liegen zwar viele gelbe, aber ich glaub das kommt wahrscheinlich nachher alles. Bei mir, hier ist einer! Bei mir! Der liegt! Das ist das Bude! Oh, steh auf du Hammel! Wo ist der? Warte! 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 Du schießt mal gleich auf das Fass hier um! Sag mal, schau! Jetzt! Perfekt! Umwerfend! Aufzubrennen! Danke! So, was geht hier noch? Schicken wir hier was runter, nicht erschrecken! Wahrscheinlich, dass ich hier wieder eine Schleuse öffne! Ah, hier sind Pushtun! Die Musik hört auch so scheiße zu sein! Ähm, vor dir ist aber nix, aber hier ist noch was gleiches Blutendes! Ja! Wo ist? Hier! Du bist? Wo bist du? Ich bin hier! Du bist hinten noch ganz! Vorne liegen zwar ein paar gelbe Zombies, aber ich weiß nicht, ob es wieder welche sind, die sich nicht bewegen! Ich hatte kurz die Orientierung verloren! Und bin in die falsche Richtung gegangen! Ja, aber wo ist ich hier denn lang? Da! Lalalala! Bin ich irgendwie außerdem ein Stück zurückgegangen? Ja! Was ist denn nun? Da vorne ist etwas! Sei vorsichtig! Er ist nicht da! Hier ist auch was Unsichtbares! Ach, sehr beruhigend! Ah, du bist am Arsch der Welt! Pass auf! Vor dir! Vor dir! Geh zurück! Ja, ja! Ich bin mal ein bisschen weg! Schieß! Schnell! Ah! Oder so! Deswegen noch! Ich würde gerne aufhören zu reden, aber das Ding... Mann ist das hartnäckig! Das Monster kommt! Warte, ich... Ich komm nicht vorbei! Ich siehs leider nicht! Weiter, Barry! Es war's hier! Ah, da ist es! Oh, sorry! Ich hab noch Pistolen, Muni! Das war nur mein Maschinengewehr! Oh, sorry! Oh! Danke! Oh! Die Schleuse! Über mir sind Zombies! Ein bisschen orientierungloser Zombie! Halt mal mit dem Kopf still! Wieso man nicht so headshotten? Nehm nicht! Ich schieße sich jemand auf die altmodische Art und Weise! So! Ach jo, hab ich endlich mal ein Steinchen! Na, jetzt hab ich hier doch mit dem Gewehr schießen können! Oh gut, dann spare ich mir das lieber noch ein bisschen! Natalia, versuch die hier aufzubekommen! Die IST schon auf! Oh, hier ist ne Kiste für dich! Ich hab was Knurren gehört! Miehihi! Und die sind dann unsichtbarer! Alter! Rea- Das Monster kommt! Ha! Ich hab die Spinne, äh, erst! Sind sie getroffen? Okay, jetzt noch eins! Wo bist du? Wie ist da? Warte! Komm, wir müssen hier! Oh shit! Ich hab's nicht gesehen, tut mir leid! Nö, verstehe! Na, das ist nur ein bisschen ärgerlich! Wir sind so gut durchgekommen! Und dann wirst du von so einem One-Hit-Monder getötet! Ja! Die Dinger sind echt unverschämt! Die erinnern mich? Da ist deine Info! Ah! Die erinnern mich! An diese Gegner von Remember Me! Wo du selbst Schaden genommen hast! Genau an die erinnern mich! Das sind genau die gleichen... Pissnelken! Ja! Wahrscheinlich vom gleichen Entwickler! Sind nicht beide von Capcom? Ja! Das muss der gleiche Kerl gewesen sein! Du Arsch! Wenn ich dich auf der Straße sehe! Ich wüsste mal raus, wenn er da aussieht! Ich glaub, den besuchen wir mal! Und dann werde ich nicht! Wir erschlagen ihn mit dem Spielen! So, bin ich! Dafür sind mir die Spiele zu schade! Auch, oder? Oh, wir sind genau hier gestartet, wo ich gestorben bin! Ah! Sehr gut! Nur irgendwie sind die Gegner nicht da! Momentan noch nicht! Na ja, ich hab irgendwie ein Steinchen! Ich werfe dir mal so einen Kasten und... Ja, dann geht auch so hin zum Köder! Schön, dass die alle immun dagegen sind! Oh, ich hab das an den gekillt! Aua! Du! Er ist tot, der vor dir liegt. Die anderen kann ich nicht anfallen, weil die so weit weg sollen von mir. Vielleicht hätten wir doch mal die Reichweite erhöhen sollen. Pass auf meine Akranne auf dich zu! So... Das ist weg! Und hinterm Tor irgendwo! Das Monster kommt her! Weiter links! Weiter links! Was denn jetzt? Weiter rechts! Weiter rechts! Weit genug rechts! Da! Schieß! Nicht da! Weiter links! Weiter links! Da! Schieß! Moment! Was denn jetzt?! Du rotst! Weiter rechts! Das ist schon zu weit! Weiter links! Ich würde ja gerne ein Steinchen draufwerfen! Werfe! Da ist es! Jetzt liegt es weg! Wo ist es? Wo ist es? Da vorne ist etwas! Sei vor! Bei der Kiste jetzt! Nein! Weiter rechts! Jetzt ist es vielleicht vor dir! Schieß! Ja! Oh! Gut, dass ich doch das Fass runter geworfen habe. Scheiße! Okay! Das ist glaube ich das Verschissenste gleich nach dem... Irgendwann Viechern! Natalia! Versuch die hier aufzubekommen! Ja! Mach ich! Ich bin on the way! Das ist ein Stein! Da liegt ein orangener Zombie! Moni! Krabbel, krabbel, krabbel! Nur für kleine Hände! Nur für kleine Hände! Ich habe das dummste Gefühl! Hilfe! Einer ist tot! Oh! Oh! Voll daneben! Jo! Danke! Ich will es ja sowieso loslassen! Bäh! Wieso will ich das aufmachen? Dreh die Drehen um rund! Ich fäng gleich mal zur Dings hin, ne! Mhm! Ich pass nur auf, dass da bei dir keiner kommt! Sagt der Richtige! Wer hat sich hier gerade fast selbstlos gesprengt? So, ich geh mal hin. Oh, da kommt was auf mich zu. Das ist schon wieder ein unsichtbar. Friss das! Wie das aussieht! Du musst jetzt vor mir sein. Wenn er auf mich zieh ist, musst du es in den Treppen. Wow, ich treffe dich jetzt mal weg. Ja. Ich will euch nur meine Munition mit. Ihr müsst jetzt genau vor Zombies sein. Es war ja genau richtig, dass du mir im Weg stehst. Ich kann durch dich durchschießen. Ah. So. Ich hoffe. Ja, das sind auch wieder drei Schlüsse. Weißt du, dadurch weiß ich dann genau, wo ich hinschießen muss, wenn du drauf zeigst. Ah. Ja, hab ich nicht dran gedacht. Ich dachte, du wolltest es gucken. Ist mir auch gerade in dem Moment aufgefallen, wo du vor mir standest. Ha. Ah, nice. Äh, doch. Ah. Na süße. Es wurde auch langsam eng. Ich will mich jetzt verjagern. Ich nehme mal einen Stein mal wieder mit. Mach das, man weiß nie was kommt. Ich glaube, das ist jetzt gerade wieder so ein, wir gehen durch und das war es im Moment. So, da bin ich ja durchgeschleust. Das hast du schon aufgehoben. Nachgeladen habe ich da. 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 Nachgeladen. Nachgeladen. Ich lass auch mal einen Stein fallen. Warum nehme ich den auch nicht mit? Das wäre auch sowas von unrealistisch. Wie es ruckelt. Oh, das ruckelt ja nicht mehr. Ist da ein Steinchen für dich? Ähm, nein. Ist was anderes. Oder? Ein Steinchen. Die Aura sah so anders aus. Ich spüre die Macht des Steins. Oi. Mit. Oh, hier sind so viele Steine. Ich glaube, das wird lustig. Guter Witz. Guter Witz, Jutes. Deine Pointen sind echt die besten. Ja, ich weiß. Hier ist ja an jeder Ecke so ein Klackziegelstein. Stein auf Stein, das Haus hin wird bald fertig sein. Echt? Kannst du was für sprühen für so ein kleines Kind? Ja. Ich muss sagen, eins hat sich aber trotzdem nicht gerne. Über Muni bin ich immer noch dankbar. Da hinten steht einer. Kommt da einer? Ich glaube, da läuft einer runter. Hm. Auf nur, das ist kein unsichtbarer Fetter. Aber ich glaube, das ist ein unsichtbarer. Warum ist das bei dir so rot? Das sagt mir bitte, dass das der Raum ist. Ja, gut. So, lassen wir den Typen mal Typen sein und können einfach weiter. Okay. Ja, viel besser. Vielleicht ja aber schwerer. Nein, schlechter. Sie sind wieder draußen. Wat ein Geschenk. Oh ja, siehst du, diesen wunderbaren Himmel. Na ja, wunderbar ist was anderes. Aber in Anbetracht der Dinge ja, er ist wunderbar. Ruckeltime. Ruckeltime. Mein Busch. Hallo Paul. Hey, wer ist denn da? Okay, wir sind draußen. Jetzt müssen wir Wesker aufspüren. Was ist da drin? Ein Pokémon. Genau. Guck guck. Wie sitzt der Schneider ein? Weißt du, du musst mich dabei nicht begleiten. Ich bleib bei dir. Ich will die Wahrheit genauso rausfinden wie du. Aus dem bin ich auch noch nicht aufgeschmissen. Du musst mitkommen. Mhm. Ich glaube, das war so ein Kirschlorbeeren. Sehr verpixelte Kirschlorbeeren. Wie kommst du darauf? Weil es sind Pflanzen. Ah, das sind alle Pflanzen. Solche Lorbeeren? Nein, eigentlich nicht. Aber sie sah so aus. Ach Leute, ihr wollt mich doch verarschen. Du hast Money gefunden, die kannst du gleich wieder füllen. Oh, schick. Ah, ein wunderbarer romantischer Sonoffgang. Wie unsere Kleidung im Wind schlackert gefällt mir. Oh ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich mag die ganzen kleinen Details hier. Mhm. Weißt du auch, dass du nass wirst, wenn du nass wirst, dass deine Kleidung hoch wird? Früher muss das mal eine Art Mine gewesen sein. Ach, das ist die Mine vom alten Sack wahrscheinlich. Mhm. Wir haben ja schon so häufig von der Mine gehört. Ich renne mal. Ich sehe ja gerade keine Gegner. Ja, sieht nicht so aus, dass wir in ein Areal irgendwo Gegner kommen würden. Sieht zugeschüttet aus, wenn du mich fragst. Meinst du, wir können uns doch bestimmt noch irgendwo hier durchquetschen. Naja komm, wir craften uns ne Schaufel aus einem Stein, einem Stock und ein bisschen Pflanzen. Mary, ich glaube, ich erinnere mich an etwas. Ich glaube, die Frau war irgendwo da unten. Okay. Gehen wir runter und schauen, wie wir rüberkommen. Die alte Hexe wird dafür bezahlen, was die Meura angetan hat. Oh. Ehe sie das nicht tut, werde ich die Insel nicht verlassen. Ach so, kack. Ich sehe ein Emblem. Ich auch. Siehst du, wenn ich so, wenn man vom Emblem weggehe, wird das, äh, fahren kurz anders. Ach so. Drei von elf. Was? Wo haben wir die anderen Zweigen gefunden? Das eine war das, was ich aus Kilometern entferne mit Maschinengewehr getroffen war. Das andere war das, was mit Claire aufgesammelt kam. Ach ja, stimmt. Die zählen ja auch. Zusammen. Lala. Bäh. Damit geht denn der Quatsch hier noch runter. Ah ja, wir fahren von sehr weit oben. Ui. Wir müssen wissen, was hier drin ist. Ich hasse meine Neugierde. Einfach mal runterspringen. Was ist das? Kiste! Wo ist das? Kein Klo. Was? Klo ist es nicht. Das ist auf jeden Fall eine Kiste. Und Moni blinkt da hinten. Oh ja. Was ist das? Wir müssen noch vielleicht cutten. Was? Wir sind krank. Cutten. Hör zu, Mutis. Er spricht deutlicher. Ich dachte, du verstehst mein Nuschlerisch. Geht das jetzt die ganze Zeit so weiter? Komm hier weg. Ah. Wo zum Teufel sind wir jetzt? So. In dem Sinne verabschieden wir uns und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschau!